Dann sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, diese Leute, die weinen, die Schmerzen haben im Herzen um den Toten, sagt, wenn sie den Engel des Todes sehen würden, sie werden den Toten vergessen und um sich selber weinen. Und der steht an deinem Kopf, du fragst dich, wer ist diese Gestalt? Wir haben gesagt, Ibrahim, alaihi wa sallam, als er ihn gesehen hat, zweimal ist er ohnmächtig geworden. So stark ist der Engel des Todes. Und du wirst andere Engel sehen, die herabsteigen. Es gibt zwei verschiedene Engel. Engel der Gnade oder Engel des Feines, während du stirbst. Du stellst dir Fragen. Was werte Engel des Todes mir in diesem Moment sagen? Oh, du gute Seele, komm heraus zu Erbarmen oder zu Vergebung und Zufriedenheit, Allah subhanahu wa ta'ala. Oder werte zu mir dann sagen, oh, du schlechte Seele, komm raus, komm raus zu Allahs Zaw'an wal'iyadu billah und seine Strafe. Du bist verwirrt. Du weißt nicht mehr weiter, Achhi, was du machst. In diesem Moment, du guckst dich um, oh, meine Kinder, oh, meine Familie, meine Brüder, meine Geschwister, lass mich doch nicht allein. Lass mich doch nicht allein. Aber die können nur weinen. Sie haben nicht die Macht oder die Kraft, dir zu helfen, Achhi. Wallahi, du bist einsam. Du sagst, ich hab doch für euch gearbeitet. Ich hab doch Geld für euch gespart. Ich hab doch Essen nach Hause gebracht. Ich hab euch doch bekleidet. Ich habe Nächte gearbeitet wegen euch, damit es euch gut geht im diesaltigen Leben. Ich hab doch euch Paläste gebaut und hohe Häuser gebaut und ich habe diese Häuser bevölkert mit all dem, was ihr wollt. Dann sagt er, bitte löst mich doch los von diesem Problem. Opfert eure Geld für mich. Kauft mich frei von Allah mit dem Geld, was ihr habt. Rettet mich jetzt. Können Sie antworten? Wallahi, niemand kann antworten. Das Einzige, was du sagen wirst, ma aghna anni ma liya. Halaka anni sultaniya. Das Einzige, was du sagen wirst, Allah spricht im Koran, nicht nützt mir mein Besitz und vernichtet ist meine Macht. Das ist das Einzige, was du noch sagen kannst. Dir ist klar jetzt geworden, niemand kann dir helfen. Außer wer? Allah jalla fi'ula. Aber du hast Allahs Gesetze vernachlässigt. Wie soll Allah für dich da sein in diesem Moment, wenn du nicht im diesaltigen Leben, in deiner Lebzeit für Allah da warst? Sei du heute für Allah. Dann wird in diesem Moment Allah für dich sein. Bewahre Allah. Dann werde dich Allah in dieser harten Zeiten bewahren. Wallahi, Allah wird dich bewahren. Und niemand kann dich vor diesen Schmerzen und vor diesen Momenten bewahren. Außer Allah jalla fi'ula. Harun al-Rashid, Amir al-Mu'minin, rahimahullah. Dieser Mann, als er am Sterben lag, als er am Sterben lag, die ganze Zeit achtete und guckte auf seinen Palast, auf sein Königreich, auf seine Macht, seine Armee, seinen Besitz. Allah hat ihm so viel Besitz gegeben, subhanahu wa ta'ala. Guckt und weint dabei und wiederholt das gleiche Vers die ganze Zeit. Ma agna anni ma'liya, halaka anni sultaniya. Nicht nütz mir mein Besitz, vernichtet ist meine Macht. Er geht dahinter die ganze Zeit. Am Ende hat er gesagt, ich bitte euch, ihr sollt mich tragen, damit ich mein Grab sehen kann. Ich möchte mein Grab sehen.